Und wir sind gestorben. Nein, wir haben erst die Folge angefangen. Warte, vor letzter Folge sind wir ein bisschen abgetreten. Wir nehmen ein Spelanka. Ich bin mal gespannt, was das bringt. Okay, ähm... Was können wir denn... Was können wir denn... Wir können alles. Wir können die Welt beherrschen. Nein, äh, vielleicht nicht. Oh, die ist neu. Silverhelm. Warte mal, was macht der? Der macht plus 25. Silverhelm. Ja, den nehmen wir doch. Easy. Und... Haben wir hier was Neues? Ne, warte mal, das hatten wir ja schon ausgerüstet. Wir könnten das Vampir-Ding nehmen. Machen wir aber gerade mal nicht. Wie viel Schaden? Machen wir 43. Okay. Können wir hier noch was machen? Nein. Okay. Ähm... Wunen eventuell. Was ist das? Nein. Tausend... Nö. Okay. Dann gehen wir... Äh... Ich könnte mal... Ach ne, ich lass es einfach. Ich lass es. Hö, 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 Hö. Rofl. So. Ähm... Ich bin mal gespannt. Äh... Ich hab's jetzt gar nicht... Warte mal. Ich... Kann ich... Ähm... Moment. Äh... So. L-Shift. Spelanka. Ähm... Very weak in all other stats. Plus 30% Goldgang. Das heißt 30 und... Hier, dann sollten wir doch wieder 150 haben. Äh... Quatsch. Einfach 15, genau. Haben wir einfach nur... Nens... Blanka jetzt. Anstatt ein Miner. Whatever. Ach, ich... Geh jetzt einfach hier durch. Das nervt mich. Zack. Zack. Nenkt der Nenkt... Nein. Ah. B. C. D. E. F. G. So. Aber... Ich sterbe schon deutlich weniger als in den vergangenen Aufnahmesessions. Sessions, wollte ich sagen. Ähm... Kommt mir zumindest... Oh. Cool. Ähm... Gut. Das war... Äh... Können. Da muss man jetzt sich nichts vormachen. Das war einfach Skill. So. Ähm... Da unten... Wir sehen wieder... Dinge auf der Map. Das ist natürlich... Recht nice. Und will mir auch gefallen. Äh... Du stirbst. Gibt's hier in dem Raum überhaupt was... Lohnendes eigentlich nicht. Jede Menge Gegner. Die uns jede Menge HP verschaffen, wenn wir nicht gerade an ihnen verrecken. Hm. Das ist natürlich... Ein... Ein... Manko, das man beachten sollte. Okay. Ähm... Was gibt's da oben? Das ist... Nö. Da unten gibt's Kisten. Kistenweise, sozusagen. Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass man... Die Lape anschalten kann. Ey, das heißt Scheiß. Hallo. Ja, komm Übertreib halt Übertreib halt Haben wir Scheiße Ja, das Da kommen wir aber nicht ohne Schaden raus Das war jetzt Mehr Glück als Verstand, Alter, wollt ihr mich verarschen? Wer baut denn solche Räume? Hey, Liga So, wir haben eine neue Rune Ist doch schön Ich mag die Lampe Nur um spielen Bio, let's play Ah, hallo So, aua Playstay, Playstay Aua So Hallo Zombie Ähm, gibt's hier oben irgendwas? Yes Wuf Wie es mich einfach mal überhaupt nicht wegwirft Gold Für mich Gratis Gold So Wir haben noch 6 HP, will ich mal so anmerken Äh Ja Ja Jetzt haben wir gar keine mehr Höhö, lol Okay Ähm Purchasing Equipment is cheaper and more flexible than raising your base stats Okay Clienter, nice Eins belange Ein Okage Ein Okage, wir nehmen ein Okage Ich will den Boss töten Ich möchte den Boss töten Ähm Wird ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber ist ja auch egal Nehmt mir nicht meine Hoffnung Oh, wir haben eine Sky Rune Gain the power of flight Multiple Runes stacked For longer flight duration Geil Eine Flugruhne Nehmen wir Ich versuche jetzt Yes 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 Ich will mal kurz was ausprobieren Hallo Ähm Wir Haben Ich glaube der Bossraum war irgendwo da oben Irgendwo da oben Irgendwo da oben ist schon mal gut Leck mich Nicht mit mir, mein Freund Okay Ich glaube doch mit mir Ach, die Gegner werden ja wieder aufgestellt Kann das nicht mal jemand sagen Ähm Fuck Ich hätte nicht die Goldruhne nehmen sollen Lalalala Was ist denn hier los? Hä? Achso Ich hab wieder Einbildung Ich hab wieder Vorstellungskraft Aua Mit ein bisschen Fantasie Heiliger Scheiß Wie kann das denn durch die Wand schießen? Okay Ich bin eigentlich schon gefickt Aber naja Ähm Ist mir jetzt egal Das nehme ich noch mit Was haben wir denn? Ach geil Okay Das könnte nützlich werden Könnte Ähm Ich muss Warte mal Komm ich da Ich muss unten lang Ich muss den ganzen Weg hier lang Ähm Moment Ähm Da hoch Okay Ich muss hier unten lang Ruhe Ähm Um dann da hoch irgendwie zu kommen Machen wir einfach alles tot Was wir sehen Das ist aber die beste Taktik Geht's hier Oh ja Geht es Komm schon Ah Lol Ich muss noch ein paar Gegner eigentlich töten Weil Ähm Ich bin noch ein bisschen Beschwächt Und Hier ist schon Das Da Warte mal Hier geht's hoch in den In den In den Maya Bereich Wo könnte denn dann Wir müssten Da Irgendwie hinkommen Wenn wir zum Boss Gegner wollen Oder hab ich irgendwas übersehen Ne hab ich nicht Hier geht's auch in den Maya Bereich Und das Bringt uns nichts Ähm Ja Wir teleportieren uns Wupp Wupp Wenn wir Jetzt Drei Räume weiter Und Dann nach oben Okay Ich äh Es mag ein bisschen verwirrend klingen Aber Ich hab da mein System hinter So Ach komm leck mich Wenn wir schon einmal getroffen sind Wenn wir schon zweimal getroffen sind So Hier müssen wir weiter Ne Yes 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 Jo Ähm Hier war der Fette Hallo Tschüss Ich hätte dich ja töten können Aber Aber nö Hier geht's auch nicht hoch Was denn Oh Da muss ich da ganz rüber Ist ja doof So Hab dich Okay Ja Tod Tod Wir haben auch nur sehr wenig Gold gesammelt Aber Das hat sich jetzt nicht so gelohnt Der Run Das lag aber darin Weil wir keinen Keinen Den Boss Nicht Gefunden Haben Ich weiß nicht Mache ich das noch in dem Run Ja Ich Ich mach's noch in dem Run Ah Ich hab die Doppelsprungruhne Werdet Da Ich hab die Doppelsprungruhne Nicht eingesetzt Und ich bin wieder ein bisschen verwirrt Das war ja nicht so schlimm Und ich hab das Schloss nicht gesichert Ah ja Dann machen wir es halt von neu YOLO Kann der wenigstens was sehen Ne kann er nicht Oh Stupid Okay Alles von neu Würde ich sagen Zack Zack Dich will ich mitnehmen Yay Tot Nein Betroffen Tot Tot Wo Sind Wir denn Hier geht's nach oben Nach oben ist eigentlich Theoretisch immer gut Aber auch nur Theoretisch Hallo Ich hab Oh Diese Diese Drehung Hallo Wie mir das Auf den Schack geht Schieß Danke Hui Ne Ich bin runtergefallen Ich bin runtergefallen Ah Zack Zack Ups Na Zack Okay Aua So Jetzt ist es aber gut hier Zack So So Hier geht's nach oben Zu Zu den Mayas Oh da sind Da noch jede Menge andere Ausgänge Hier Zum Beispiel Der Oh Wir können Auf den Karneval Komm Auch wenn ich es nicht drauf hab Äh Irgendwie Kann es sein Dass ich Wieso muss ich mich Denn so Um Na ist Egal Triff ich eh nicht Sorry Thank you Ich bin Ähm Schlecht Wieso sagt mir das Denn keiner Dass das ein Geschlossener Raum ist Ah So Ähm Next bitte Think no damage Könnt ihr abhaken Hier Hier ist der Raum Wir haben einigermaßen HP Theoretisch Und Probieren jetzt den Boss Ist mir jetzt egal Ich mach jetzt einen Affiolo Das kann nicht wahr sein Wir hatten ihn eben Fast down Und dann Macht er sowas Jetzt aber Ich Ähm Ich Was soll Ich Was soll ich sagen Ich Haben wir noch einen Paladin Mein Paladin Könnte es auch Gehen Ein Paladin Könnte es auch Funktionieren Komm mach mir mal Das schlossdicht hier Yes Äh Oh wir sind Minze Wir sind Minzig Wir riechen Nach Minze So Da oben Ist Der Boss Wir gehen zum Boss Like a Boss So dann mal rein da Ich mach jetzt Ich mach jetzt das Ding fertig Ich 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 Schwör Alter Okay wir haben kein Mana mehr Wir sind winzig Komm schon Spring Tu es Für die Menschheit Nein 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 Yolo 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 Alter Wir sind sterben Wir sind sterben Nein 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 Yeah Yeah Motherfucker Yeah 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 Okay Scheiße Ich muss mal kurz was trinken Ich weiß schon wie die Folge heißt Scheiß Mist wie endlich hab ich dich tot So So Schön Heilige Scheiße Das war doch nicht so schwierig Jonge Dafür hab ich jetzt Boah Ich weiß gar nicht wie lange ich dafür gebraucht hab Ja stirb einfach Du hast deinen Dienst getan Du warst ein guter Soldat So Ich glaube das reicht für den Part Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal Leute Tschüss Ich bin